In den Bundesligaspielen, in den Champions League spielen, zusammenspielen. Bis jetzt ist es eine sehr homogene Truppe, alle sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert im Training. Wir geben immer 100% jeden Tag und am Ende wird man dann sehen, in den schwierigen Situationen, wie sich das so alles zusammenverhält. Aber ich bin ein guter Dinge und freue mich unheimlich, jetzt am Sonntag dann endlich wieder richtig spielen zu können.